und da sind wir wieder suche nach spiel part 13 fifa 15 und wir sind wieder im pro-club es geht jetzt um den meistertitel in liga 8 das letzte spiel haben ja wunderbar mit 30 gewonnen da war bunga bunga wieder auf dem vormarsch jetzt insgesamt haben wir noch zwei spiele aber dass der welt gewinnen lupfer mal getroffen wenn wir das jetzt nochmal gewinnen sollten aus der aber wenigstens mal ein anderes stadion bei mir ist bayern gegen bayern ja ist ja immer so steht am anfang immer der ist gut der ist richtig gut der junge haben aufgepasst oder das kann hier bestand weil er die scheiße und durchläuft titel wäre nicht schlecht und das immer im auswändspiel warum nicht da bunga dann auch mal bunga bunga kriegt die kugel von granado kann alle läuft mit granado läuft mit kriegt den pass an den rücken gespielt setze ich noch ein setze ich aber nicht ich habe den weg geblockt dritte minuten startlöchern bisschen zu schlampig schlampig gespielt von mir man hat den mittelfeld wird nicht an der platz hat der junge platz und da geht er mal am ersten vorbei am zweiten kommt da nicht vorbei gerade ein punkt brauchen wir mehr oder zwei sind 15 da kann das zwei spiel kann zwei punkte mitnehmen ach ja aber es ist auf jeden fall wieder besser geworden unser zusammenspiel macht er denn aufgepasst die flanke kommt die ist gut ist aber keiner tor die gastgeber in der führung 1 0 da liegt er denn irgendwie noch um den verteidiger rum ja leonardo schulze gibt es nicht man weiter geht's aber wir kriegen die noch granado alter beikampf jawohl super das ist einsatz mit dem wird nicht gut kirchen essen nein ich habe deutlich zweikampf stärker zu sein als hier unsere mann achte scheiße bei der linke seite auf dem bowl auf dem bowl jawohl nein komm mal komm mal naja ist mir schön vorbei sehr gut da kann ich oh was ist das denn da drin von den angetäuschten Schuss mal und er hat den einfach mal nach vorne gedauert das ist auch als torsche du wolltest es heute morgens doppel kommen ja morgens doppel kommen wollte ich machen das macht er gut bunga bunga jetzt ganz alleine naja da wurde in der falschen richtung ja aber die sind dann trotzdem schneller am ball kanal schon nach hinten gehalten nach hinten nach hinten gehalten ich fand so zuerst ach ja er sieht im Moment nicht so rosig aus 0 1 aber der ball geht weiter der kleine ball und der lebungen da weiß nicht was er alleine machen soll ja ich wusste wir kamen auf einmal vier auf mich zu ich habe mir in der lücke gesucht sowas ist ganz ganz schwach auf die oma das kennt man eigentlich nur von mir so hoch zu schießen aber sei es drum naja ball sanaa oder setzt man sagen im koppel-luell aber na nee aufgepasst oh was macht der denn der sollte passen der sollte passen dann ganz normal scheiße dann sind wir ein bisschen Platz ein schatz nach granado dann da kommt dann noch mal durch kommt nicht durch also momentan steht die manche sehr gut gemacht naja ich doch ich doch hat aber der ball geht er durch auch an allen vorbei das gibt es auch gar nicht der stockern aufgepasst einwurf die fans hier auf der hauptribüne singen dass da auch noch eine fändige singen ja sie sind ja mal die arme hoch ich sehe es nicht beziehungsweise ich höre es nicht weil ich dich auch vorhören das ist schon schlimm genug was oh oh was war denn das oder was jetzt habe ich mein city haben die ja jetzt das logo von denen ja ich auch das ändert sich in einer Zeit da wieder und garnado setzt sich durch den Kopfballduell oh bunga macht das gut effektiv bunga boah der war auf dem Netz der war auf dem Netz das ist die Chance boah was für ein Schuss von bunga bunga eigentlich sehe ich ran an die war ein bisschen weiter nehmen geschossen ne er war nicht weit und zumindest hat die Höhe immer wieder gestimmt und garnado nimmt die Google mit nehmt die Google mit nehmt die Google mit Samo jetzt kommen sie wieder ran jetzt hat die Höhe nicht gestimmt das ist gut so nochmal diese Szene an ich bin der Hintertokamera ich sehe es gerade nicht wir haben ich habe von ja frontal frontal crash ich hatte gerade aus den ich war gerade nämlich in der Torkamera drin da zeige ich euch nochmal die Szene um äh granado jetzt wird es ja immer höher jetzt wird es ja immer höher jetzt lassen wir es auch wieder aber willkommen so langsam du hast die Striche war den A immer in Kürbentrickung weil ist es so gewollt was granado Marien an der heutigen Leben an der Grunde bei der Grundschuss man nicht und dann ist er dann auch mit dem mit dem Streifen auf dem Montrektor war nur ein wie sie so gewollt er über dem Ohr ja auch wenn er nur einsteigert ist das Trikot muss immer so einstellen er gibt ja die Umlaute eher im Spanischen oder was weiß ich ja, man hat ja auch immer mit diesem Geschwollenen, äh, Geschwollenen genau, mit dem Geschweiften Geschweiften, äh mit dem Schnörkel ja, mit dem Schnörkel oder Portugiesisch oder so das hat ja auch vielleicht bin ich auch ein Portugiese mit Cristiano Ronaldo zusammen in der Nationalelf ja, jetzt kommt erstmal wieder Granado er hat sich noch nicht entschieden vielleicht ist er auch Brasilianer er weiß es noch nicht ja, oder auch das ich bin eher Portugiesisch oder Spanier er ist der erste Mix boah, aufgepasst und Bunga geht nicht zur Kugel hin oh, aber ich hau den nochmal schön um ja, der Richter verletzt wir wollen mal kontern oh, Granado kriegt den Ball nicht vorbei jetzt nochmal schnell spielen, jawohl, der kommt auf Bunga Bunga Granado läuft mit aber Bunga, der konnte nicht lange locker halten der ist gerade mit dem Schwarzen eingeschmissen der Hälfte 2 muss er dann halt besser werden allein von der Chancenverwertung würde ich mal sagen das Spiel nicht unbedingt aber die Chancenverwertung würde ich sagen zumindest die Schüssel präziser 0,1 oder 1,0 für die Gastgeber Leonardo Schulz ich hab gelb warum hab ich in gelb? seit wann das denn gelb? warum? weiß ich nicht ich hab wahrscheinlich irgendwas böses getan den Schiedsrichter geschlagen auf den Weg in die Kabine und bist dann weggerannt ja, hat keiner gesehen Kopfwelle aus Turm mann scheiße 3.000 Zaunhalte genommen ich kriege er könnte gleich ganz viele äh, ganz viele Leistung kriegen ein Kochwelle muss ich auch kriegen irgendwie aber halt auf geht's in die zweite Halbzeit wow, was machst du denn? ich wollte dich eigentlich anpassen aber noch nicht nach hinten ich hab doch auch nach vorne gedrückt das ist halt oh, kommt der auch noch durch das nicht auf Manuel hat ich hab das nicht auf Manuel das ist das auf Manuel auf Manuel, naja oh, ne aufgepasst wow, das macht der nicht schlechter na, na, du mit dem langen Ball nach vorne ich muss mich ein bisschen zurückhalten ich hab nämlich in gelben Kreisel bei mir an Kopf blau und gelb wow, gut gespielt wow, ging die noch eine Ecke eigentlich geschenkt das Teil ich hab ein Foul 3-2 Kämpfe, ein Foul vom Bunga Bunga ich pass auf den Pfosten auf, ja guck mal ne, ich greif gerade ins Netz hab ich dünne, äh, dünne dünne Ärmchen, genau dünne Ärmchen jawoll, jetzt kommt Granat und der kann das auch mal allein ach, der ist ja gar nicht der hat gar keinen Bock der hat noch gar keinen Bock jawoll, jetzt geht's weiter 1,60 sag ich dir boah jetzt geht's direkt zur Beine Richtung Bunga Bunga hey das ist mindestens Geld ja, komm her, jetzt krieg ich aus dem Auge gegenseitig hat dir das auch mal gepasst komm doch her oh, Geldbekarte für Bunga achso, für Simon Bananen nochmal Geld für Simon Bananen und jetzt wird die Flanke in den Strafraum kommen aber nicht von ihm warte, ich mach mal kurz über die Mauer jawoll oh, was macht er denn da? was ist denn hier los? was ist denn hier los? ich wollte zum Kopfball hoch und der Kontergegenzug ich wollte nur zum Kopfball hochgehen und der kriegt den weiß ich nicht den hab ich aber gut nochmal aufgehalten nein aber der hat sich ziemlich jetzt verarscht der ist schlecht verteidigt die ganze Mitte was sagst du dazu? was? der hat schon mit der Nase geschnaupt gerade das ist als hätte die das gesehen ei 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 schlecht verteidigt guckt euch mal das an der passt einfach durch zack, drehen die Ruhe ah, nein, nein oh, durch die Beine mein Paxson, Paxson das schaffen wir noch das ist noch nicht verloren wir gehen noch nicht auf das Dingern ist verloren definitiv oh, du was, ich so ein Anschluss mache, ne? so ach nein, ich hab die Luft gar nicht drin egal der passt in den Rücken der Verteidigung ah, der stand bei mir Ungar, versteht die Welt nicht mehr ich dachte du flankst das hat mir zu spät gesagt oh oh ja, der Spielaufbau war hier vielversprechend bock oh, Konter oh was ich wollte das gesehen ich hab noch ein Tor unter den Griffen bleib hier 16 Minute ah ich muss mal die zweite Luft reinpacken oh ne Scheiß geht ja gar nicht manchmal ist das echt hätt ich auch gerne aber hab ich noch nicht starker Zweikampf in dieser Situation boah, gut gemacht jetzt haben wir nochmal die Überzahlsituation die Überzahlsituation mei ah passen yes yes 2-1 hol dir doch die Kugel hey hallo hol die Kugel hol die Kugel unheilbar im Nachschuss im Nachschuss wir gehen schneller als alle anderen um Hungerburger rennt schnell weg Krabi gut sei es Habi teilen ok gewinnen noch mal die Möglichkeit kann sein wenn hab ich sie ja nein jawoll aufgepasst aber da hatten wir auf einmal Platz gehabt ja auf einmal hatten sie uns da laufen lassen und dann konnten wir kontern schicke Einzelleistung war das oh ne Tor nein Torwart ist da Torwart ist da rausgeköpft nächste Möglichkeit Granado sieht Bunga Bunga geht aber wieder weg will den Ball nicht haben holt er sich die Kugel jetzt super gemacht und ich mir nochmal jetzt keine Ahnung jawohl jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Platz jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Platz jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen laufen mach Bunga da verliert den Ball wieder jawohl verliert den Ball war ja klar der sollte vorher nach oben gehen mit Tempo und dann stoppt der ab es ist voll scheiße manchmal einfach zumachen der Erziehungs geht da drauf es gibt nicht da kommen sie nicht ran kommen sie nicht ran kommen sie nicht hinterher Flanke kommt Tor ist da rausgefäustet das wäre jetzt geil mit zweiter Luft ohne Scheiß also ich hätte die nicht gehabt er hätte die gehabt und jetzt weiter geht es hier Ball gewonnen auf Granado kommt aber da durch jawohl setzt sich nochmal durch hier Junge setzt sich nochmal durch mit Vollzug Anhalt vorbei Anhalt vorbei legt den Ball nochmal rüber das ist Bunga Bunga Tor ist da ein starkes Spiel 77. Minute 2 zu 2 BAM und er trifft dann über die Eckbahn ist da ein starkes Spiel von Eranado ich guck hier einfach rein im Moment ich hab so wenig wie möglich drauf gedrückt ich hab ohne Scheiß so wenig wie möglich drauf gedrückt 77. Minute Bunga Bunga trifft zum 2 zu 2 und auf einmal ist der Energie wieder da das haben wir uns verdient das haben wir uns ohne Scheiß verdient hey das du jetzt noch die zweite Luft dann wird es jetzt noch richtig abgehen wenn es nicht jetzt auch schon abgeht oh der Ball ist gut der Ball ist gut Bunga auf eine 79. Minute mit der nächsten Möglichkeit das gibt es nicht ich habe ich jetzt einmal das muss es sein ja ich weiß hier habe ich jetzt einmal auf Kreis nur gedrückt jetzt du Aganado setzt sich nochmal ein setzt sich nochmal ein oh 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 ja wie wird sich da durchmogeln mein Gott ne er will sich da durchmogeln irgendwie ein Punkt ist ja nicht schlecht aber man will da noch nicht mit weiterkommen aber dieses Ergebnis ist scheiße diese Moral stimmt und wieder Bunga ah wieder mit seinen komischen Pässen da die nie ankommen zumindest versucht man es ja weil er wieder im Mittelfeld verloren der sah gar nicht so gefährlich einen Ansatz aus weil der muss in der Mitte kommen weil der kriegt den nämlich weil der ist hier ganz alleine immer ganz knapp vorbei ja und da spielen sie nochmal schnell Granado Granado kommt jetzt Granado kommt und Bunga ist wieder nieder jawohl nochmal auf Nummer sicher gehen der Ball wieder schnell gespielt jawohl so geht das doch schnelles Abspiel super durchgespielt nein wir sind wir in der Mitte der Hände ich hingab nochmal Granado richtet den Ball auf ey der hat sich dreimal in der Luft überschlagen jawoll es gibt Freischuss aber geht weiter geht weiter geht alles weiter geht alles weiter geht alles weiter Granado geht den Ball nein was macht der denn oh Doppelpass 215 Pässe habe ich nicht warum spielen die sich denn gegenseitig an weil das soll dich scheiße ich wollte dich schon die ganze Zeit lang spielen ich gucke über die ganze Zeit zu dir und vor allem kriege ich den Ball wieder weiß ich nicht der wollte nicht oh ne nicht schon wieder per Flanke nicht schon wieder per Flanke 90 plus 5 nehmen wir den Pogen auch mal gerne mit nach einem ich passe auch mit dem Pfosten jetzt auf der lange Ball die stehen alle lange vorne der lange kommt jetzt hier vorne reingelaufen raus damit und das war es der alte Männer wäre erkämpft verschleunen den Punkt das ist scheiße ich hatte es auf dem Fuß wir haben jetzt noch ein Finalspiel sozusagen wir haben noch ein Spiel in der Liga Frank Sohn und uns fehlt ein Punkt Mann ey das ärgert mich nur weil ich einmal mit Kreisloch geschossen habe sonst schneide ich den Wind noch an die waren schon die sicheren Sieger aber meistens zeigen sie nicht ne der hat eigentlich den hätten auch nochmal zeigen müssen der war eigentlich gut so wir haben 14 Punkte 14 Punkte die trauen uns die 15 zu eigentlich Spiele haben wir noch Leistung ja beschleunen plus 1 na gut aber ich würde sagen wir sehen uns in einem entscheidenden Spiel wieder genau nochmal Versuch Nummer 2 dann entscheidendes Spiel aber auf jeden Fall ich hoffe ihr drückt uns die Daumen und wir sehen uns in einem nächsten Part wieder ja da rein und tschüss dann